Was geht ab meine lieben Freunde, World's Finest Gamer am Start Und ich zeige euch heute einen kleinen Wall Glitch für GTA Online Und zwar habt ihr es gerade eben gesehen, die Stelle auf der Karte habe ich euch markiert Dort könnt ihr ganz einfach ohne irgendwas zu klettern oder so in die Wand fahren oder in die Wand reinlaufen Wenn ihr zu weit rein fahrt, fallt ihr einfach durch die Map durch, wie ich es hier gerade mit dem Auto euch zeige Dies passiert natürlich auch, wenn ihr dort reinläuft und zu weit ins Gebäude läuft, fallt ihr auch einfach unter die Karte Und landet einfach wieder auf der Karte Lustig ist es aber, alle Male, wenn ihr dort reingeht und einfach von drinnen ein paar Freunde, einfach andere Spieler abknallt Oder um eine lustige Bullenschlacht zu machen, könnt ihr die Bullen alle von da drinnen abknallen Und die können euch alle nicht treffen So meine Freunde, ich bin raus, ich würde mich über den Daumen nach oben freuen Wenn ich dir mit diesem Glitch, was ich euch zeigen konnte und dir weiterhelfen könnte Ich würde mich über ein Abo freuen Dann verpasste in Zukunft auch keinen GTA Online Glitch mehr Das war es meine Freunde, macht's gut, haut da rein, euer World's Finest Gamer ist raus Ciao